Schöne Grüße aus Südtirol. Ich bin hier in einem ganz netten Chalet untergebracht. Ich darf für das ZDF, für die Serie die Bergretter, einen 10 Sekunden-Shot filmen. Mal gucken, was ich da alles mitnehmen darf. Ich bin auch ganz gespannt, wie sich meine neue Drohne, die Mavic Pro 2, schlägt. Sie hat von Hasselblad ein eingebautes Objektiv. Schönes Teil. Ich bin in einer Szene, die 4 bis 5 Sekunden lang ist. Jetzt klettere ich hier einen 40 Meter hohen Turm hoch, um die von hier oben, von diesem schönen Aussichtszörb entsprechend einfangen zu können. Den Gast hoch geht's. Als erstes muss ich jetzt meine Kamera mal positionieren und dann warte ich auf die Dämmerung. Die Aussicht ist schon ziemlich geil hier, gell? Heute ist auch der erste Tag mit richtig gutem Wetter, jetzt wo wir einfahren. Und hier drüber Esel sehen, wir haben hier Esel direkt davor, vor unserem Haus. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017